Yo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es wieder eine weitere SCP-Kreatur und zwar SCP-4158 oder halt 41, 58, keine Ahnung, klingt irgendwie nach so, äh, gleiches 9, 3, 4 bei Herr Hogwarts oder so. Wir schauen natürlich wieder auf dem Kanal von SCP-Chroniken. SCP-4158, Bericht aus dem Dorf von Big Charlie. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, Leute, für die nächste Episode. Entschuldigt meine Stimme, ich habe ein bisschen irgendwie eine kleine, leichte Heiserkeit in der Stimme. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird, weil dann, dann habe ich ein Problem, Leute. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, wir starten direkt mit dem Video, let's go. Oh, guten Hunger. Ich weiß ja nicht, wer sein Steak so schneidet, aber die Messer sind ansonsten eigentlich entlang der Linie und nicht. Mal, halt der da eine Weltkarte? Was ist denn mit euch los? Was ist denn mit denen los? Bodenlos, Alter. Bodenlos. Martin, haben wir schon ang... Martin, okay. Nun, ja, natürlich. Und warum in die Länge ziehen? Fang an. Ja, Mann. Das ist ein Ehre, Mann. Warum in die Länge ziehen? Komm, let's go. Kurze Episode, Knick. Nun, dann. Mein Name ist Vivian Adams und das ist mein Kameramann Martin. Wir sind Mitarbeiter der Online-Nachrichtenagentur 7 News. Sag, worum geht's? Um eine Sensation. Im Ernst, wir sind auf dem Weg dorthin. Es gibt ein interessantes Dorf... Bruder. Augen auf die Straße. Die guckt ja die ganze Zeit in die Kamera. Macht gleich einen Unfall. Amens Big Charlie. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass die Menschen dort in einer geschlossenen Gemeinschaft leben. Sie haben fast keinen Kontakt zur Außenwelt und sie verehren eine seltsame Gottheit. Unheimlich. Und wie hast du von diesem Dorf erfahren? Eigentlich ist es ein Geheimnis. Aber sei's drum. Ich verrate es dir. Ich hab mir die Arbeitsunterlagen meines Freundes angesehen. Kyle arbeitet für eine geheime Stiftung. Eigentlich... Hey, die fahren schon seit irgendwie einer halben Minute. Und das Navi da rechts, das zeigt immer noch die gleiche Position an. Hey, ich glaub, ihr kommt nie an. Hat er mir verboten, in seinen Unterlagen zu wühlen? Du weißt schon, streng geheim und so. Aber ich bin eine Journalistin. Mein Job ist es, das zu finden, was vor neugierigen Augen verborgen bleiben soll. Bist du sicher, dass es keine Fälschung ist? Dass das Dorf tatsächlich existiert? Mal schauen, wie der Kilometerstand ist. Äh... 8 Kilometer. Oh, Neuwagen. Oder zumindest, äh, hier. Hm, 50 kmh fährt sie. Lenkrad hält sie, by the way, so. Nicht so oder so, sondern so. Ist auch eine interessante Art und Weise, wie man, äh, wie man, wie man Auto fährt. So. Dann machen wir den hier, Leute. Ja, Mann. Links und alle rechts, Leute. Alle mal mit Hand-Emoji. Links, rechts. Sehen wir es uns einfach an. Es ist nicht mehr weit. Noch ein paar Meilen und wir sind da. Verdammt. Was ist... Ja, das hab ich doch gesagt. Nun, hier sind wir. Wir sitzen irgendwo in der Provinz fest. Weißt du, was das seltsamste ist? Die hab ich in unserem Reifen gefunden. Schau mal. Als ob sie absichtlich verstreut worden wären. Hier auf der Landstraße. Alle vier Reifen sind durchstochen. Wir haben nicht so viele Reserve-Reifen. Und was sollen wir... Also, sie klingt für mich ziemlich optimistisch. Bei vier Reifen, die zerstochen sind. Wir haben nicht mehr viele Reserve-Reifen. Ja, normalerweise hast du ja auch nur einen dabei. Schleppst du gerade die ganze Zeit vier Reifen mit, oder was? Ich weiß es nicht. Aber warte, da kommt jemand. Ja, 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 ja. Ja, Leute. Die haben verloren. Es ist hoffentlich der ADAC. Es ist ein gelbes Auto. Das ist Mr. Brewster. Und wir hatten großes Glück. Erstens ist er der Besitzer einer Autowerkstatt, richtig? Richtig. Und zweitens lebt er im Dorf von Big Charlie. Tada! Martin, wir sind da. Was für ein Zufall. Ja, ein sehr krasser Zufall, dass da Sachen verstreut wurden. Man da drüber fährt und dann der Typ aus dem Nichts erscheint. Also, ich wäre sofort paranoid, wenn da überhaupt jemand kommt, nachdem die Reifen kaputt gegangen sind. Ich würde versuchen, sofort umzukehren. Mr. Brewster hat sich bereit erklärt, uns ins Dorf zu fahren und unser Auto zu reparieren. Ist das richtig? Richtig. Er ist nicht sehr gesprächig, aber Hilfe ist Hilfe. Richtig. Richtig. Martin und ich kamen endlich in Dortmund. Oder besser gesagt, Mr. Brewster fuhr uns zum Gästehausen, wo wir beschlossen, ein paar Tage zu bleiben. Er brachte unser Auto in seine Werkstatt und sagte, dass es morgen so gut wie neu sein würde. Es wird morgen fertig sein. Ja, ich wäre mir da nicht so sicher. Und vor allem diese Reporterin, ich sage euch eine Sache. Wenn ihr Nachrichten macht, dann lieber Live-Sendungen. Oder gebt euch als Live-Fernsehen aus, weißt du? Dass ihr für ein Interview gleich live gehen könnt, dass ihr jederzeit die Kapazitäten und Ressourcen habt, weil dann würdet ihr den Typen exposen. Die Gastgeberin des Gästehauses, Mrs. Watson, zeigte uns unsere Zimmer. Martin und ich routen uns eine Weile aus und erkundeten dann das Dorf. Äußerlich war es völlig normal, aber einige Details deuteten darauf hin, dass all diese Menschen etwas zu verbergen hatten. Vivian, sieh dir das an. Es ist ekelhaft. Und dann sahen wir es. Auf einem kleinen Platz stand eine Statue eines seltsamen Wesens. Sehr ähnlich einer Kuh, nur mit einem Vogelkopf. Einfach gruselig. Unter der Statue befand sich ein Berg von Lebensmitteln. Es ist wie eine Opfergabe für diese hässliche Kreatur. Hinter dieser absurden Figur bemerkten wir ein ungewöhnliches Gebäude. Es war so etwas wie ein Tempel. Über den großen Türen hing Bilder desselben seltsamen Wesens. Im Inneren befand sich ein großer Raum mit langen Tischen. Wahrscheinlich werden hier Versammlungen oder Gala-Dinner abgehalten. Was brauchen Sie hier? Wer sind Sie? Das ist Pastor Jeff Fein, der geistliche Leiter der Gemeinde in diesem Dorf. Es tut mir leid, dass ich Sie angeschrien habe. Ich wusste nicht... Ah, ja, ja, ja. Äh, oh, wir sind live. Äh, sie nehmen auf. Oh, es tut mir leid, dass ich Sie angeschrien habe. Ich weiß nicht, das ist, äh, ist mir halt so rausgerutscht. Dass wir Gäste haben, aber ihr seid zur richtigen Zeit gekommen. Wir haben sozusagen auf Sie gewartet. Ja, ja, ja. Wir haben sozusagen auf euch gewartet. Wirklich? Ich hatte den Eindruck, dass die Dorfbewohner Besucher nicht sonderlich mögen. Ja, das stimmt. Aber wir haben trotzdem nichts dagegen, wenn sich jemand für Big Johnny interessiert. Sagen Sie mir, was ist der überhaupt? Dies ist eine heilige Legende, an die alle Einwohner unserer Gemeinde glauben. Keiner weiß genau, wie sie entstanden ist. Die Legende besagt, dass vor vielen Jahren ein Kalb von einer kranken Kuh in einem Schlachthof geboren wurde. Es war sehr ungewöhnlich und sah überhaupt nicht wie eine Kuh aus. Der Besitzer des Schlachthofs entschied, dass er das Kalb nicht brauchte und ordnete an, es zu schlachten. Es wurden Stücke geschnitten, als plötzlich etwas Unglaubliches geschah. Im Kopf des Kalbes wuchs ein neuer Körper. Es war nicht gestorben. Das war ein echtes Wunder. Da wurde allen klar, dass dieses Kalb heilig war. Die heilige Kuh. Die heilige Kuh, die wie Momo aussieht. von oben gesandt. Es wurde Big Charlie genannt und die Menschen begannen, sich um es zu kümmern. Es wuchs schnell heran und war es alles, was es mit ihm gab. Sogar Ziegelsteine und Müll. Okay. Müllentsorgung. It is best. Gleichzeitig wuchs ständig Fleisch auf ihn. Sehr viel Fleisch. Es wurde abgeschnitten und als Nahrung verzehrt. Und Big Charlie gab mehr und mehr. Oh mein Gott. Die haben den als einen unendlichen Essensglitch benutzt. Für die Bewohner unseres Dorfes ist Big Charlie ein Symbol der Fruchtbarkeit. Wir glauben an ihn und beten ihn an. Es stellt sich heraus, dass der Glaube an Big Charlie die Bewohner ernährt. Das ist richtig. Der Glaube und eine kleine Kuhfarm aussagt. Hä, aber das ist doch kein Glaube, wenn man es sieht. Es ist eine Tatsache. Halb des Dorfes. Wir verkaufen das Fleisch an die Außenwelt und essen es selbst. Jeden Abend versammelt sich die ganze Gemeinschaft in diesem Tempel und es gibt ein Mahl zu Ehren des heiligen Big Charlie. Kommen Sie zum Essen. Teilen Sie ein bescheidenes Festmahl mit uns. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich denke, ich muss ablehnen. Ich bin Vegetarier. Ja, genau. Sie kommt einfach als Reporterin, um zu testen. Ja, es tut mir leid. Sie sind für den Job leider nicht qualifiziert. Wir geben Ihnen den Fleischerjob. Ah, nein. Ich bin Vegetarierin. Ja, dann lass den Kameramann essen. Ich hab nichts gegen ein großes, saftiges Steak. Ja, Mann. Das ist einer, der macht hat. Ein Macher, Leute. Ich mag Martin. Der ist ein Macher. Sehr gut. Dann freuen wir uns, Sie an unserem Tisch begrüßen zu dürfen. So, jetzt muss die Kamerafrau werden. Brüder und Schwestern, lasst uns Big Charlie für die Nahrung preisen, die er uns gibt. Für Fleisch und Glauben. Die hat einfach ernsthaft einen Salat bekommen. Die hat ernsthaft einen Salat bekommen. Verdammt, wie lecker. Jedem das Seine, Martin. Jedem das Seine. Jedem das Seine. Man kennt das. Glück ist so kein Fleisch. Da bleibt mehr für mich. So viel Essen verträgst du sowieso nicht. Es ist unglaublich. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu essen. Ist alles in Ordnung mit dir? Du bist irgendwie komisch. Er kostet von der heiligen Speise. In letzter Zeit hat sich das Fleisch jedoch verändert. Oh. Ja, das ist ja super, dass du uns das sagst, nachdem er reingebissen hat. Es verliert seinen Geschmack. Brüder und Schwestern, Big Charlie begann zu verhungern. Es ist an der Zeit, eine heilige Zeremonie zu veranstalten und ihm den Trippel zu zeugen, auf den er sich so sehr freut. Morgen werden wir ihn wieder füttern. Für Fleisch, ich glaube. Glauben Sie mir, nach der Zeremonie wird das Fleisch einfach wunderbar schmecken. Na, okay. Ah. Ja, gut. Martin, vergiss nur nicht, diese Zeremonie zu filmen. Ich kann es kaum erwarten, das Fleisch zu probieren. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Am nächsten Tag ging ich zu Martin, um Fotos vom Dorf zu machen. Doch plötzlich stellte ich fest, dass mein Kameramann verschwunden war. Die Gastgeberin des Gästehauses sagte, dass er am Morgen zu der Zeremonie aufgebrochen sei. Ohne mich? Ich ging sofort zu dem Tempel, in dem das gestrige Abendessen stattgefunden hatte. Aber er war leer. Nur Pastor Jeff kam mir entgegen. Die Zeremonie findet in einem anderen Tempel statt, aber sie ist schon vorbei. Dein Freund hat alles gefilmt. Jetzt ist er mit den Brüdern losgezogen, um sich unseren Hof anzusehen. Mach dir keine Sorgen und komm zum Essen. Am Abend wird er wieder da sein. Es war sehr seltsam. Ich verschloss auf Martin zu warten, um ihn auszufragen. Ich war auch besorgt, weil Mr. Brewster noch nicht mit unserem Auto aufgetaucht war. Ich beschloss in die Autowährung. Ja, was ist mit dem Auto? Oh, sorry. Auto ist weg. Auto hat Unfall. Statt zu gehen und herauszufinden, was damit los ist. Die Einheimischen wiesen mir den Weg und in wenigen Minuten war ich bereits auf einer Brachfläche, auf der sich eine kleine Werkstatt befand. Seltsamerweise stellte sich heraus, dass es beschlossen war. Außerdem erkannte ich an dem verstaubten Schloss, das es seit vielen Jahren nicht mehr benutzt worden war. Und dann fiel mir etwas Ungewöhnliches auf. Dort, hinter der Autowerkstatt, bemerkte ich einen Haufen verschiedener Autos. Es war wie ein Autofriedhof. Aber woher kamen sie? In diesen Autos fand ich verschiedene Dinge und Dokumente. Offenbar wurden sie von den Besitzern zurückgelassen. Alle Räder hatten zerstochene Reifen. Auf die gleiche Weise wie bei uns. Tja, was sagt dir das? Liebes Fräulein, das am Anfang hätte umkehren können, was sagt einem das? Ich fühlte mich unwohl. Ach, ich fühlte mich unwohl. Überlebensinstinkt gleich null. Was ist in diesem Dorf los? Ja, das ist doch klar, was in diesem Dorf los ist. Die nehmen die Leute, zerstechen deren Reifen, bringen sie ins Dorf, testen vom Fleisch, machen Zeremonie, werden geopfert und Fleisch schmeckt gut. So ist das. Die holen sich an unendlich Opfer. Ich beschloss meinen Freund doch anzurufen und ihm alles zu erzählen. Er geht nicht ran. Hallo, wie? Wo bist du denn? Keil, flipp jetzt nicht aus, okay? Ich bin im Dorf von Big Charlie. Bist du verrückt? Ach so. Der arbeitet bei SCP Foundation. Ja, bist du verrückt? Ja, zu spät. Warum hast du dich in meine Angelegenheiten eingemischt? Ich dachte, es würde ein interessanter Bericht werden, aber hier sind sie alle verrückt. Ich habe auch etwas Verdächtiges gefunden. Schau mal. Warte, ich lasse die Zahlen durch die Datenbank laufen. Warum gibt es hier so viele Autos? Was ist mit diesen Leuten los? Keil, ich habe Angst. Hör mir zu, Vivian. Du musst sofort von dort verschwinden. Diese Autos, ihre Besitzer werden vermisst. Vivian, hörst du mich? Warte, ich rufe dich zurück. Ja, dass sie das nicht selbst gemerkt hat. Also als Reporterin muss man sagen, gar nicht gut. Gar nicht gute Arbeit, wie sie macht. Sie ist sehr fasziniert, das hier und jetzt zu filmen, aber nachdenken? Nein. Und dann bemerkte ich mein Auto. Es war eindeutig meins. Die Reifen sind platt und am Motor wurde... Hm, lasst uns mal genauer nachschauen, Leute. Also seht das für mich, wie ein Reifen aus, der platt ist? Ich würde sagen, nein. ...sind platt und am Motor wurde kräftig herumgefuscht. Sie wollten nicht, dass wir diesen Ort verlassen. Da bekam ich richtig Angst. Ich eilte zum Gästehaus und packte schnell meine Sachen. Verdammt, ich muss warten. Ich musste ihn dringend finden und diesen verdammten Ort verlassen. Es war niemand zu sehen. Und dann bemerkte ich, dass ich das ganze Dorf im Kämpfe versammelt hatte. Ich warf meinen Blick hinein und... Verdammt, dort herrschte der pure Wahnsinn. Wie besessen verschlangen die Menschen gierig ganze Stücke rohen Fleisches, die sie sich gegenseitig wegschnappten. Die kämpfen förmlich darum. Nur den Passwort konnte ich nicht entdecken. Und hier sind sie. Nun, das war's. Ihr Bericht endet hier. Und ihr Bericht endet hier. Auf Wiedersehen. Tja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Sie brachten mich irgendwo hin. Es schien, als hätten wir das Dorf hinter uns gelassen. Plötzlich hörte ich die schweren Schritte aus Ties. Es atmete heiser und leckte sich über die Lippen. Wollten Sie etwas über Big Charlie wissen? Dann schauen Sie ihn sich an. Nein, das kann nicht sein. Ja, doch, es kann sein. Und die Klamotten, das sind die von Martin. Rest in peace. Nein. Sie kann. Hier ist unser Ernährer, der uns Fleisch gibt und niemals stirbt. Die Legende, die ich dir erzählt habe, ist wahr. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht erzählt habe. Damit Big Charlies Fleisch besonders köstlich wird, damit es Heilung und Unsterblichkeit verleiht, sind gewisse Opfer von Nöten. Martin. Also es tut mir leid, also wenn sie sagt, so, dass der Typ weg ist. Martin. Martin, nein. Martin. Nicht gegessen werden. Martin. Hast du ihn an das Monster verfüttert? Ah ja, nee. Ich habe einfach seine Klamotten dahin gelegt und, äh, entschuldige mal bitte. Die muss ja wirklich ein IQ von 30 haben. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie viel IQ hat diese Frau? IQ von 12, 11, minus 10. Jetzt alle mal in die Kommentare. wie viel IQ hat diese Frau? Sie haben Pech, Sie sind Vegetarier und konnten Big Charlies Fleisch nicht einmal probieren, aber es würde ihn nicht stören, deins zu probieren. Schließlich hatte er schon eine leckere Vorspeise. Nein, nein, lass mich los! Ist das eine Beleidigung? Ich sah Speichel aus seinem hässlichen Maultropfen. Sollte es wirklich so enden? Plötzlich hörten alle das Dröhnen der Motoren. Durch den starken Auffall flogen die Schuppe Ja, Mann! Ein gepanzerter Mannschaftstransporter mit der Aufschrift SCP-Combation vor in die Brasche. Aus ihm stiegen Soldaten der Special Forces aus. Sie haben all diese Verrückten gefangen genommen und mich befreit. Das kam wie gerufen. Und als einer der Soldaten seine Maske abnahm, sah ich ein vertrautes Gesicht. Ja, das ist ja echt schön. Rest in Peace Martin. Also wirklich, die juckt sich um den gar nicht. Überhaupt nicht traumatisiert. Nein. Armer Martin ist ja nur ein Kameramann. Wenn der Kameramann stirbt, dann ist ja eigentlich der Film vorbei. Das war's. Das ist alles, was ich weiß. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich dorthin begeben habe, obwohl ich es nicht hätte tun sollen. Es ist alles in Ordnung. Wie? Es ist vorbei. Was haben Sie mit dieser Kreatur gemacht? Mit Big Charlie? Wir haben es der Stiftung übergeben. Fachleute untersuchen es. Weißt du, es schien mir, als hätte er die Menschen irgendwie unter seiner Kontrolle. Jeder, der sein Fleisch gegessen hat, fing an, dieses Monster zu verehren. Blödsinn. Vergiss das einfach. Irgendwie ist das Hass. Geh nach Hause und ruh dich aus. Ach ja. Und erzähl niemandem, was passiert ist. Ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ich begleite dich hinaus. Ich werde meine Arbeit... Oh mein Gott, sie haben ihn selber gegessen. ...bald beendet haben und vorbeikommen. Das Abendessen heute Abend wird. Einfach genial. Wir müssen nur ein paar Vorbereitungen... Was ist in Ihrem Kopf gerade so? Ich glaube, die essen gerade Fleisch aus dem Edeka oder Lidl oder Aldi oder Pennymarkt. Aber von der SCP... Es könnte natürlich auch sein, dass sie die SCP-Kreatur genommen haben, um das selber zu nutzen. Hier. Hier. Nein, die denkt halt wirklich jetzt nichts. Ey, das ist so dumm. Die ist wirklich for real. Wirklich. Sie hat es verdient, in diesem Video schon das dritte Mal gegessen zu werden. Kyle, was ist hier los? Ach. Kyle, was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Wir sind doch Freunde. Was ist hier los? Warum spielst du mich ein? Nein. Ey. Ich glaube, die wird so eine Person sein. Selbst wenn diese Kreatur schon ein Bein abgegessen hat, würde sie sagen, Kyle, was ist hier los? Diese Kreatur beißt an mir. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Ich habe jetzt zwei Beine verloren. Was ist hier los? Oh nein, jetzt meine Beine und Arme ab. Ey, Kyle, hilf mir mal. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Lass mich raus. Es tut mir leid, Vivian. Es geht nicht anders. Oh mein Gott, sie wird nicht überleben. Karma für deinen schlechten Kuh. Ich liebe dich. Oh. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich liebe dich, nachdem man betrogen wird. Also das ist ja... Ich liebe dich auch, Vivian. Aber das Fleisch beginnt seinen Geschmack zu verlieren. Ja, dann holt doch irgendjemand anderem. Nein, nein. Big Charlie muss fressen. Endet es so? Ey, Epilog. Wir haben Epilog. Ja? Er hat wohl ein Stück gegessen. Was hat der gerade gemacht? Chia! Leute, wie ist offiziell der Charakter mit einem IQ von Null? IQ von Null. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Rest in Peace, Martin. Immerhin Martin. ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine coole Episode, aber die Frau ist... Oh, Leute, wir sehen uns heute rein und ciao. die Frau. bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018